Hallo, willkommen bei Conny Canarias Spanisch mit Conny. Bienvenidos a Conny Canarias. Erstmal möchte ich mich bedanken für alle meine treuen Abonnenten und natürlich würde ich mich auch über neue Abonnenten freuen, auf jeden Fall. Also wenn euch das hier gefällt, Spanisch oder auch ein bisschen Land und Leute der Kanaren, dann lasst doch einfach ein Abo da und dann seid ihr auch immer auf dem neuesten Stand. So, heute gibt es Adverbien mit Mente. Fangen wir an. Normalerweise ist es so. Normalmente es así. Gewöhnlich ist es so. Gewöhnlich ist es so. Usualmente es así. Regelmäßig ist es so. Regularmente es así. Hauptsächlich ist es so. Hauptsächlich ist es so. Hauptsächlich ist es so. Majormente es así. Majormente es así. Dann haben wir noch. Im Allgemeinen ist es so. Im Allgemeinen ist es so. Por lo general es así. Por lo general es así. Por lo general es así. Oftmals ist es so. Oftmals ist es so. Oftmals ist es so. A menudo es así. A menudo es así. A menudo es así. So, das war's für heute. Muchas gracias y hasta la próxima. Bis zum nächsten Mal.